Unsere Felder sind nutzlos! Laufen Sie, Data! Kommen Sie, Data, hier rein in diese Höhle! Data, seit 10 Tagen sind wir unterwegs zu dieser ominösen Energiequelle. Und jeder, den wir getroffen haben, wollte uns verspeisen oder töten und dann essen. Dieser Planet ist wirklich ein Albtraum. Kommen Sie, Data, hier beendet. Hey! Ich hab das noch nie von mir verstanden. Erstaunliche Ergebnisse Persönliches Logbuch Lieutenant Commander Data Durch die plötzliche Attacke dieses wilden Affens kam Commander Riker mit einem mir völlig fremden Pflanzengift in Berührung, das bei den Commander zu einer sofortigen körperlichen Veränderung führte. Dieses Pflanzengift verändert die DNS rapide und zeigt sofortige Wirkung. Meine Trikorderdaten des Pflanzengiftes und die Blutprobe der Axt zeigen an, dass die DNS von Commander Riker schon zu 20% verwandelt wurde. Auf der Suche nach Commander Riker stieß ich auf weitere Blutproben und die Trikorderanzeigen bestätigen meine Vermutung. Das Pflanzengift hat nun schon zu 40% der DNS verändert. Ich denke, dass wir nur noch wenige Tage bleiben, um ein Gegenmittel zu finden, um diese Metamorphose zu stoppen. Leider fehlen mir ausreichende Daten, um mit der Arbeit eines Gegenmittels zu beginnen. Persönliches Logbuch Lieutenant Commander Dator Zusatz Im Speichel eines getöteten Reptils fand ich ein Enzym, das sich wunderbar als Gegenmittel eignet. Mir ist es geglückt, dieses Enzym zu extrahieren und es zu einem Gegenmittel zu verarbeiten. Nun stellt sich nur noch die Frage, wie ich das Gegenmittel Commander Riker verabreiche. D'un Ah, Data! Ah, Commander, es freut mich, dass sie wieder wohl aufsieht. Ich hatte schon die Befürchtung gehabt, dass mein Gegenmittel sie dödet. Ich habe zwar eine Kopfschmerzen, aber ich glaube, unkörper geht nicht. Wenn ich fragen darf, Commander, an was können Sie sich denn erinnern? An alles. Das war wie ein blöser Albtraum. aus der man nicht erwachen konnte. Ich verstehe, Commander, trotzdem sollte man die positiven Aspekte dieser Ursache nicht aus Acht lassen. Positive Aspekte, Lieutenant Commander, wie meinen Sie das? Dank ihrer Verwandlung waren sie so schnell, dass wir nur noch drei Tage von dieser ruinösen Energiequelle entfernt sind. Untertitelung. BR 2018